Was ist die Idee des Statussymbols? Ich hatte noch die Idee, dass es ein Statussymbol sein könnte, weil man sieht, dass sie verschieden verziert sind oder dass sie auf einem Altar gewesen wären. Ganz pragmatisch könnte es auch sein, dass es mich an einen Stiefelreiniger, an einen Schab erinnert. Für das wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu filigran gemacht. Zu schön ausgeschmückt.